Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft, jawolle, Auge um Auge, Premiere schon am Cluster, Planet, Brache, cha-cha-cha. Das niederzustrecken, was unsterblich ist. Die Protoss, die Zars ermordeten, gleißen nichts, was wir jemals gesehen haben. Diese dunklen Templar strahlen Energien aus, die den meiligen Seher gleichen. Und durch eben diese Energien konnten sie mir Schaden zufüllen. Denn noch wird ihr überheblicher Stolz ihr Ende sein. Denn als der Mörder Zeratul, Zars tötete, berührte sein Geist den meiligen und all seine Geheimnisse enthüllten sich mir. In seinem Geist habe ich die geheime Position von Ajor gefunden, der Heimatwelt der Protoss. Endlich, meine Kinder, hat die Landesuche ein Ende. Schon bald werden wir Ajor direkt angreifen. Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass der dunkle Templar uns nicht mehr schaden kann. Cerebrat, du wirst den Feinden eine Falle stellen. Kerrigan wird sie zu dir führen. Alles klar! Dunkle Templar Was haben wir hier? Minus-Kanal! Yeah! Was ist unser Ziel? Wir haben hier überall ein Overlord. Und wir haben hier überall Basen. Hier hat man noch eine Basis. Um quasi den Weg hier zu verteidigen. Okay. Alter! Ja, Lenk-o-mi-o. Alles klar, wir müssen... Ich gehe mal hier rein. Ja. Ich gehe nicht zurück. Komm hier in die Richtung. Oh, ihr seid so langsam! Langsam! Diese Mission gefällt mir. Bringt deine Overlords wieder an die richtige Stelle, Cerebrat. Sie haben ihre Position verlassen. Ach! Du Schlaukopf! Sie haben ihre Position verlassen. Oh, ich... Fuck it! Fuck it! Ja, was soll ich da machen? Geh weg da! Kann da nichts machen! Ah! Ja... Weiße! Kein Dunkle Template... ...von kommt der erste schon weg, oder wie? Wow, okay Wow Okay Ja, ja So Und ihr hier hoch? So Bitte hier Hier, hier hoch Da kommt jetzt gleich ein Räuber Dass wir den hier abschießen Rein da Rein da So Du baust mir bitte gleich mal einen Brutschleimpool Wird Ähm Ah, ich hab noch Gehst hier runter Sehr schön So Äh, 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 äh Bitte Brutschleimpool Kann ich keine Einheiten bauen Hier kann ich auch keine Basen bauen Wir brauchen Dringend mehr Mineralien Das ist hier was Das mir nicht gefällt Hier oben So So Hier ist Ich bin Wie Ich bin Ich bin Du bist Ich bin Ich bin Ich bin Scheiß brauchen wir. Au, die Scheiße ist da jetzt dran. So. Danke. Der Sammelpunkt hier. Er kommt schon 150. Zack. So. Danke. So, dann bauen wir nochmal drei. Gut, dann haben wir hier schon mal ein kleines bisschen Puffer. Wir haben hier unten nichts, was Luft angreifen kann. Das ist nicht so gut. Hydrabau, danke schön. Bauen wir noch überall ein paar Hydras hin. Ich muss quasi verteidigen, dass hier nichts rauskommt, aber gleichzeitig auch angreifen. Gut. Kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Näher hier zusammen. Guckt mal auch hier runter. So. Zack, dann bauen wir hier drei. Hier zwei. Hier zwei. Dann bauen wir eine Evolutionskammer. Und bauen die Rüstung aus, ja. Und hier größere Angriffsradius. So. Es ist, so weit ist es nicht auseinander, Gott sei Dank. Trotzdem. Muss aufpassen. Immer aufpassen. Rüstung. Denn mit der Rüstung profitieren alle, ja. Und das ist erst mal hilfreich. Das war ein dunkler Templer. Das war ein dunkler Templer. Oh, Kerrigan. Du könntest von diesen dunklen Templern gekillt werden. So. So. Schickt mir noch einen nach unten. Welche Evolution? Ach so, die Dinge zur Evolution. Kommen wir hier in den Scherzlecken. So. Klopps. Dann bauen wir noch mal eine Horde Zerx überall hin. Kommen wir hier unten. So. Man will ja den Gang hier dicht machen, ja. Und als nächstes kommt wieder Hydras überall, damit wir was haben, was auch in die Luft ballern kann. Und danach muss ich unbedingt mal gucken. Äh, wir haben hier überall ein paar Zerx. Wir brauchen eine weitere Basis, um Minerates zu sammeln. Das hilft nichts. Also, der Fluss hier oben. Er irgendwas. So rein zufällig. Okay. Aha. Vielleicht. Da ist tatsächlich was. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sammelpunkt hier. Zerx. Äh, kommt bitte wieder hier hin. Und mit dieser Gruppe Zerx schickt mir noch ein paar Dinge mit. Äh, Hydrax. Dass wir uns die Basis hier schnappen. Wir müssen gucken, dass wir Economy aufbauen, ja. Damit wir... Unsere Streitfessel werden angegriffen. Das ist nicht so gut. Der wird angegriffen. Der da. Ja. Unsere Streitfessel werden angegriffen. Ja. Mal runter da. Was ist das? Das ist ein Beobachter, oder? Jawohl. So ein Hund. Das ist nicht so gut. Oh, nee. Schafft ihr das? Da ist ein Turm. Mit drei Einheiten. Okay, zieh doch zurück. Was? So, die Bausknecht��ien da? Baaa, bapaaa, bapaaa. Da. So, ich mach mal hier für dich noch mit und zwei von Pläne. Ich mach mal hier wieder ein, denn ich will die Basis hier. Ich kann hier gleich wieder was bauen. Ja, sehr gut. Geht bitte da runter. Ihr geht jetzt bitte auch da noch unten. Okay. Zack, du gehst da rüber. Dann haben wir unsere zweite Base. Sehr schön. Dann ist der Panzer rum. Danach machen wir Geschosse. Geschosse sind wichtiger, damit es schneller die Lufteinheiten kaputt gehen. Ähm. Zack. 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 Zack, hier hin. Hier unten muss ich auch verteidigen. Hab ich nicht vergessen. Zack. Und zwar Und zwar Wieder Hier hab ich fast keine Luft, gell? Ein paar Hydras bloß. Ja, hier hin. Gut. Dann Dann kommen wir bitte nachher. König in den Nest. Ich komme hin. Zack. Baut ab. So, du gehst dann gleich mal da rein. Zack. Rein da. Bums, bums, bums. Ah. Da unten da. Ah, die trägt jetzt nicht. Ah, Rückzug. Rückzug, Rückzug. Was ist jetzt wieder los? Wir bleiben mal hier. So. Wir haben hier sicher auch irgendwo eine sehr gute Klettern. Hier hoch. Haben wir hier eventuell auch noch eine Basis. Schnappen wir uns nämlich die auch gleich. Sieht gut aus. Und da unten. So. So. Hier mal. Und hier. Hier und du. Mal ganz kurz hier. Mach mal das hier kaputt. Hier ist da hin. Zack. Zack. Sehr schön. Kommt er da wieder. Zack. Nee, hier noch nix. Sehr schön. Leute, wir nähern uns der economy, die ich haben will. Gehen wir mal ein bisschen in Luftkampf. Dass wir hier ein bisschen uns verteidigen können. Ah, mal ein Brutschlempool neun. Dankeschön. Äh, kein Brutschlempool. Eine Brutstätte. Okay. Okay. Was wir. Jawohl. Es war bewacht. Auch immer welche. Wieder und wieder. Ähm. Wenn wir noch. Äh, das sind Radios für Overlords. Brauchen wir. Was wir das mal forschen. Aber ein bisschen mehr Vision. So. Da, 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 da. Äh, da, 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 da. Aber dann machen wir hier deinen Punkt Hmm. Hier unten. Sehr schön. Was ist das denn? Was ist das denn? Sehr gut. Ich glaube, wir könnten mal gucken, dass wir... Sammeln jetzt hier unten wieder überall. Setzen wir uns jetzt überall nochmal Zirks hin. Hier. Und hier. Einfach nur, zack, um die Gebäude mal schnell kaputt zu machen. So, hier wird schon mal mehr entdeckt. So, kommt beim Bitz. Meine Horde. Alles klar. Jawoll. Das ist ja gut geklappt. Zack, bauen wir hier gleich neue. Ich bilde jetzt hier volle Kalle meine Zerklinge aus, ja. Damit ich... ...wirklich einfach nur die Gebäude zerstören kann. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Gebäude zerstören. Die Zerklinge kosten nicht so viel. Hier hat man nochmal eine Basis. Hier unten könnte man uns eventuell nochmal eine schnappen. Zack. Da haben wir, glaube ich, keine Zirks mehr. Zack. Bauen wir hier neue. Wie haben wir hier noch? Okay. Gucken wir mal hier die Basis. Attacke. Oh. Alles klar. Hier brauchen wir... Das sind hohe Templar. Ich muss gucken, dass ich mir... Dass ich... Also hier unten... Hier brauchen wir Luft. Das ist klar. Äh... Da kommt er ohne Luft nicht durch. Durch die ganzen Räuber. Oh. 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 Das ist zu krass. Das ist zu krass. So. Waren wir hier wieder... Hallo. Danke. Lops. Hier auch wieder runter. Zack. Was machen wir hier? Einfach, weil wir es können. Nochmal drei. Dass wir so nach und nach mal ans Maximum kommen. Dass ich dann einfach nur produzieren muss. Aber wir beenden hier mal die Folge und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute.